Zurück bei Xenoblade Chronicles 2. Geht's jetzt hier weiter? Wie freundlich er doch ist. Was geht es jetzt genau? Das hat irgendwas anscheinend hier oben mit diesen Säulen zu tun. Wahrscheinlich ziehen diese Säulen die Energie aus dem Titanen und deswegen stirbt der Titane. Wäre eine Möglichkeit. The Aegis, I presume. Huh? 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 Guards. My lady. Meh-meh-meh. What the hell is going on? Charlotte? No idea! Stop this at once! Dan! Rex! Pyra! Let it go! Pyra! 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 Oh no you don't! Drumack! Let's get Rex out of there! Roger! The Aether energy! My lady! My lady! My lady! Please do not resist. My goal is only to destroy the Aegis. I have no wish to take your lives also. King Yuligiminos. I stand before you as a special envoy of Morardain. The Emperor sent me here himself. Do you realize what you are doing? I am quite aware. And prepared to face the consequences. Prepared? Why? Why do you have to bump Pyra off? I see you still speak like a commoner. What's that got to do with anything? Don't change the subject. What if I told you I act for justice? What are you trying to say? You could say I'm doing this for all rest. Say what now? Follow me. This is... This is the legacy of our royal line. You can't be serious! Why? Father, why?! It appears the flow of Aether energy is being blocked off. Dammit! While we're doing this, Pyra is... We have to do something! There is no point, Rex. You're just wasting your strength. Both the walls and floor are built to withstand great force. We cannot make a dent in them. Let's calm down a bit, Rex. If we think calmly, we'll come up with something. Hey, you lot! Can you try to help us out, dear? Your efforts are pointless. The way they built this place, it's essentially one giant stasis web. Stasis web? Like those nets used in Torigoth! To lock drivers up together with their blades, and even leave us our weapons, they must have the utmost confidence. Perhaps we could break through given enough time, but by then it will be too late and the Aegis will be disposed of. Disposed of? That's all the more reason you should give us a bloody hand! I said it's pointless. We won't get anywhere. With brute force, that is. Huh? So what now, my Prince? This pisses me right off. Uh, say what? I said I'm pissed off. Doing it for the world. My arse. How self-serving can you get? How do you mean? This country's strangling itself to death with its own web of lies and excuses! But just maybe our chum could break it free. Rex could? No faith, eh? Hey, whatever. If you believe in him, my Prince, I'm with you all the way. That kid's heart is pure. Too pure for his own good, sometimes. But isn't it our duty as adults to give him a little help with that? Probably. You know, this is what I like about you. This won't be easy. Oh, quit it with your drama! When is anything ever easy for you? Ha! Ha! Let's go! What are some of the four? Okay. That should do it. Preparations complete. What's going on? Tora? Ooh ho, both drivers and blades, use ether energy to deploy arts, yes? You can skip the lecture, Tora. Everyone knows that. But right now, friends cannot, yes? Yeah. Ja, da ist etwas über diese Runde. Oh, aber Rex, Rex und Freunde vergessen eine sehr wichtige Sache. Hurry up, würde ich einfach nur spüren es aus, Fuball? Could es sein, Freunde vergessen, Poppy ist Artificial Blade? Warum würden wir das vergessen? Sie hat uns mit uns all diese Zeit. Wait, ich verstehe. Hertha Furnace. Rex, correct. Thanks to friend Morag, Poppy now able to generate own supply of Aether Energy. Nothing Barrier can do anything about. Tore a Transfer Crystal from Sword of Morag to Biter of Poppy. That Crystal have enough energy stored for one use of Arts. And Biter of Poppy use Earth Element. So, through Synergy with Fire Element of Morag, Power of Arts is Amplified. If we hit it straight on, I doubt the door can withstand that. Wait a minute. You stored energy in that Crystal. How is that possible with a Barrier? Aha! Lady Morag has not used a single Art since we arrived in this place. I had my suspicions ever since we entered the Palace. So, I secretly asked Tora to refrain from using any Arts either. Oh-ho-ho-ho! I see now. If our enemy's new Poppy retains her power inside the Barrier, they would keep us on a tighter leash. Exactly. Here goes. Step back. Hold up! If you transferred the Crystal from the Sword, what will you fight with? I can generate a new one from Bridget's core. Don't tell me you didn't know about that. What? Seriously, you don't even know how blade weapons work. Give me a break. How would I know something like that? I've never lost or broken my weapon. Then I suppose I cannot blame you. Moving along, then. Tora, Poppy, please. We did it! We the best! You made quite some noise, too. It won't be long before the guards arrive. Good point. Lady Pyra was taken below. Oh, mayhap somewhere beneath the palace? Got it! Toi, jetzt müssen wir wieder ohne Pyra kämpfen. Ach, Mann. Sorry, it took me. Nicely done. Oh. Aber. Jedenfalls haben wir schon mal wieder ein paar Söldner-Truppen fertig. Passt. Ja, ja. Schön. Und. Ah, halt, warte. Söldner-Truppen, genau. Die hat noch 19 Minuten. Wir sind jetzt gerade in Tantar. Gormod. In Uriah haben wir noch neue Aufträge. Hatten wir den jetzt? Ich glaube, den hatten wir nicht. Weiblich. 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 Und los geht's. Und. Tschüss. Na, kommt. Weg. Uh, uh. Ah, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen, ne? Ich brauche eine neue Klinge. Ähm. Oh, der hat seine Autorangriffe noch nicht so hoch, ne? Oh, verdammt. Kann ich den irgendwie noch aufbössern? Kann ich da irgendwas... Nein, natürlich nicht. Ah, war klar. Auch bei dir kann ich den Hornstoß verbessern. Das ist schon mal gut. Das gefällt mir schon mal. Das noch nicht. Ja, noch nix. Ja, noch nicht. Ja, noch nicht. Ja, noch nicht. Vielleicht sollte ich auf... Moment, wer ist das? Oh. Natürlich verbessern. Kurz zu davor, das nächste auch noch zu verbessern. Na, wunderbar. Und bei ihr noch nicht. Okay. So, jetzt muss ich nur gucken. Ähm. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch so ein Ding habe, wo ich das ausrüsten kann, ne? Ich glaube es nicht, dass ich da entsprechende Kernsplitter habe, oder? Oh doch, ich habe noch Pentagonsplitter. Warum nicht? Damit kann ich hier ein bisschen was ausrichten. Bin ich ganz hilflos. Ich muss runter. Muss ich jetzt hier runter, oder? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Oh nein. Und hier. Komm her, komm. Ja, toll. Ich kann ihn aber jetzt nicht mehr zum Schwanken bringen, ne? Schaut mal gerade auf. Oh, viel Energie hat er ja nicht. Oh, die Wachen sind gut. Ich wundere mich, dass sie keine Meister haben. Oh, ein Steinschlag. Ich bekomme keine... ...Kristalle, oder? Beziehungsweise keine Reagenzien. Oh nein. Nur einer, komm. Oh, Tadam. Ach, das ist jetzt ein Witz, ne? Oh. We can do it, we can do it. Irgendwie, glaube ich, das erinnert mich daran, dass wir die ganzen Soundfiles umgeändert haben, weil irgendwie sagen die ganze Zeit auch das Gleiche, ne? Oh, da war so. Es ist jetzt auch immer hier. Oh nein. Super. Ding. Und mit dem zu ergehen ist wirklich schwer. Jetzt kommen wir doch gleich mal hier. Komm. Machen wir den rum. Exzellent. Das ist doch schön. Erledigt. So. Warte, jetzt ernsthaft, Jungs. Vier Stück auf einmal, Sal der Reichtümer. Das ist doch schön. Okay, schnell hinterher. Wir müssen Pyra suchen. Eigentlich wäre Sieg schon in dem Moment wirklich die bessere Variante, aber ich lasse es jetzt mal dabei. Weil ich halt mit Wreggs ein paar mehr Klingen habe. In dem Moment natürlich auch. Das muss ich jetzt an euch vorbeigekommen ohne irgendwas. Egal. Egal, ich bin der Fahrzeug. Oh ... Oh ... ... Es ist ja auch riesig, Ruck. Ich fühle Ruck. Wie? Ich habe Pudeln. Was ist das? Eine Hand. Eine Hand. Hallo? Ich hab A gedrückt. Exzellent, perfekt. Wurbelsturm. Ja, schön, schön. Schön, sehr gut. Genau. Ich hab verschwunden an den starken Heep. Oh, der war nicht schlecht. Erledigt. Ja, geht. Also mit Pyra, glaub ich, fühl ich mich ein bisschen wohler. Oh. Hm. Oh, halt, hier ist das mein Schatz. Nein. Ich will... Danke, ich will den Schatz haben. Boah. Maschinensplitter. Ich könnte jetzt gucken, was der Maschinensplitter bringt, aber wenn, dann will ich den Pyra geben. So, komm her. Na, komm her. Ja. Ich würde ihn halt gerne umwerfen, ne? Na los, Nia, tanzen ein bisschen. Ja. Oh, er wollte gerade abhauen. Er wollte gerade flüchten. Oh. Mhm. Er hat ja böse geendet. So. Ich wollte ganz kurz bei ihm gucken, weil bei ihm kann ich jetzt, glaube ich, nämlich hier das nächste freischalten. Ja, 3000. Genau. Meistertechniken an Meistertechniken, oder? Oh. Das ist alles jetzt so verlockend. Auch das hier. Hm. Er hat den Schadensmultiplikator zu gehen an der Angriffskette. Hm. Ne, wir machen das, das, was ich vorhatte. Habe ich den nämlich gleich ready. Bin noch nicht ready. Oh, sie kann auf wieder. Hm. Meistertechniken, Meistertechniken. Es ist immer schwer, hier genau die richtige Entscheidung zu treffen. Hm. Komm, wir geben mir mehr Lebenspunkte. Das macht Sinn doch. Mh, nein. Irgendwo in der Richtung unten. Ich muss mal auf die Karte gucken. Hm. Okay. Dann mache ich die Variante, die B-Variante. Und mache es mir ganz bequem. Ha. Gewusst wie. Oh, 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 oh. You all right? I'm fine. It's just a scratch. Honestly, though, chum. Are you ever not getting scratched up? Ever since Pyrie gave me half a life force. And we swore to reach Elysium. Things have been rough. But. I'm actually glad. They feel like a sign of our bond, I guess. Something special we share as driver and blade. Okay, good. Ja. Ähm. Komm her. Was will man mehr? Zwei Technik ist so einfach nicht ready. Na schon. Wir haben mal alles raus, was wir haben. Und es gibt Wasser. Perfekt. Da ist schon wieder diesen Typen hier. Ernsthaft? Komm ich nicht um euch rum? Doch, ich könnte drum herum kommen. Wenn die Tür aufgeht. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, easy peasy lemon squeezy. Oh, weia. Oh, weia. Oh. An Aether Accelerator. Ich habe gesehen einen wie es vor, in Old Torna. Es ist sicherlich, dass sie uns gut wollen. Also. Wenn wir die Ausdrucken und wirklich fokussieren, wir könnten wahrscheinlich ein paar Strecke machen. Wenn die Leute hier wirklich sind die Tornen der Tornen, dann habe ich eine Botschaft für sie, das muss ich weitergeben. In diesem Fall, ich lasse es dir. Danke, Mithra. Er ist hier. Ich entschuldige für das, Noble Aegis. Ich habe keine persönliche Gräufe mit dir. Jedoch, für den Sinn dieser Welt, du musst dich verletzt, wo du bist. Ist das wirklich dein Willen, deine Majestät? Ich glaube, dass du das gleiche ist, dir selbst. Ist das nicht warum du aus der Geschichte ausgesucht hast, mit Adam, der Hero? Begin. Pyra! Rex! Der Aether Accelerator. Der was jetzt? Es ist ein Wäppchen, von langem vorhin. Designed, um Genbu's Aether-Energie für die Destruktion zu nutzen. Ich habe nie gedacht, dass sie es vollständig verstorben würden. Mein altes Mann. Er wird es benutzen, um Pyra zu töten. Es ist egal, wie stark sie ist. Es wird nichts zurückgekommen. Aber wie kann er das Schwert nutzen? Hm. Naja. Aber das ist ein Wäppchen! Och, was da ich mit einem Ttoi beschЛ horns? Oh, Tora, Tora. Nice. Stop. Oh, ich muss mich auf 7. Ich lebe mich wieder. Ich sollte vielleicht manchmal... Ach, Mann. Ihr seid doch echt doof. Mit der PC-Agro? Kann mir das mal einer erklären? Ähm, Nia... Ich muss mich wieder abbeleben. Dann können sie einfach nicht durchweg sein. Hey, wir können das jetzt jetzt. Ich kann das mal aber nicht durchweg sein. Dann... Dann... Dann haben wir ihn. Dann gehen wir ihn um. Komm schon. Ich bin frei. Ich hab nur noch wenig Energie. Danke zum Wiederbeleben. Wow, was? War das knapp. Das war echt 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 knapp. Oh, oh. Oh, was passiert jetzt? Oh, oh. Das war echt knapp. In Torna, our family were just a cadet branch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adam. 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 Nein! Was ist genau passiert? Können Sie das Blast sein? Was ist er? Tantau hält Genbu unter Kontrolle, mit dem Omega-Fetter. Aber mit dem Aether-Accelerator... könnte er eine Unterflöte in den Aether-Konflüten, um eine kritische Überraschung zu machen. Also, Genbu ist broken. Oh, nein! Meine Worte können ihn nicht mehr erreichen. Genbu wird nur noch weiterentwickeln. Dann... Tomo! Das ist, was passiert, wenn Sie die Antiquierten Parten benutzen! Der Klöde-Sei hat eine andere Densität als Wasser. Als wir nachdenken, die Pressure weiterentwickelt werden. Bei 500 PEDs, ein Mensch wird komplett verletzt. Und all diese Kraft wird auf Genbu? Was ist jetzt unsere Densität? 2200 PEDs, Herr. Wir sind auf eine Art von 120 PEDs per Minute. Und Genbu ist die Densität? 25,000, das ist das? 25,000, das ist das? Das würde uns... ...durch über drei Stunden. Oh, Charlotte's gut am Maths. Bist du mich! Das ist nicht gut. Hey, Chum. Es gibt eine Pressure-resistante POD in der Paläse-Southern Tower. Sie müssen zumindest auf den Weg gehen. Was für dich und alle anderen? Schau dir nicht um uns zu fragen. Wie kann ich nicht um dich zu fragen? Ist es da eine andere Art? Eine Art zu schützen? Was für alle? Nur Pandoria kann sagen, Genbu, was zu tun. Wenn es nicht für sie geht, ist es kein Problem. Außerdem können wir versuchen, zu evakuen, so viele Menschen wie wir können. Aber nur mit drei Stunden. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass du Genbu kontrollierst, die Omega-Fetter benutzt, richtig? Ja, aber... Wo ist es? Die Omega-Fetter ist, von der Paläse, von der Genbu, von der Genbu. Ich gehe. Du gehe? Pyra! Was hast du... Die Omega-Fetter ist, von der Ophion, von der Kontrolle. Und Ophion... ist mein Artifice. Ich kann nicht 100% sicher sein, aber ich denke, dass ich es kann. Die Omega-Fetter ist. Pyra? Pyra... ... 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 I would have it no other way. That's settled, then. Stay out of the way, old man. Got it? You would all risk your lives for this. For the sake of Tantal, though we attempted to destroy the Aegis. It's not about Tantal. Then why? You're a king, right? You ought to be able to figure it out. Rex, you are... Morag? You leave me little choice. Zeke! Where was the fetter again? How do we get there? I won't just tell you. I'll take you right to it. Zeke! Save it, old man! You better make a start on evacuating the people. Though with us on the case, your efforts are probably going to be wasted. Understood. No time for chit-chat. Let's go! Yeah! Yeah! T-O-S-O-Y-A-Hinter-Tor. Da müssen wir durch. Und da müssen wir noch eine halbe Ewigkeit den Säulen nach unten folgen. Das klingt ja super einladend. Aber Zeit drängt, oder? Schnell ins Schneefeld rein. Hey, ich war nämlich fertig. Also erst durch die Gin-Wu-Schneefelder durch. Irgendwann erreichen wir dann den alten Säulen-Korridor. Den durchqueren wir dann und finden die Omega-Fesseln. Reiseplan grausig lang. Tora wird schon von Zuhören dösig. Oh, Meisterporn sieht wirklich dösig aus. Lass die Scherze, Tora. Es geht hier um Siegsheimat. Das ganze Land braucht uns. Nu, Tora wird gebraucht. Tora ist heilwach. Tora übernimmt Führung. Lass uns gehen. Wir müssen uns beeilen. Danke, Kameran. Das vergesse ich euch nie. Also nochmal. Raus hier und dann links rum. Und dann Tora verweist den ganzen Weg auswendig. Alle Tora nach. Okay. Dann würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss, tschüss.